Damsha-Sana ist die Bissstellung. Damsha-Sana hat verschiedene Variationen. Zunächst halbe Bissstellung, auch genannt Arda-Damsha-Sana. Beuge das linke Knie und gib den linken Fuß in die Achselhöhle, Ferse nach vorne und Zehen nach hinten. Dann gib die Handflächen vom Brustkorb zusammen und hebe dann die Hände etwas hoch, als ob du in die Hand hineinbeißen willst. Das ist Arda-Damsha-Sana. Volles Damsha-Sana, was wir heute nicht vormachen, wäre, wenn du den anderen Fuß auch in die Achselhöhle hineingibst und dann gibst du beide Hände übereinander. Fabian sagt gerade mal, die Hände übereinander dabei zu geben und dann kannst du dir vorstellen, jetzt hast du alles unten und du schaust nach vorne wie voller inneren Biss. Eine einfache Variation, Sukha-Damsha-Sana, einfach ist übrigens relativ, besteht daraus, dass du die Füße zusammengibst wie in Badrasana und jetzt hebst du die Zehen hoch und die Füße und ziehst die Füße erst zum Brustkorb hin und dann hebst du die Füße noch etwas höher, sodass du mit dem Mund fast in die Zehen hineinbeißen könntest. Das wäre jetzt Sukha-Damsha-Sana, eine schöne Stellung sowohl für die Lotus-Flexibilität als auch eine gute Vorübung für Yoga-Nidrasana, die Stellung mit beiden Füßen hinter dem Kopf.